herzlich willkommen zu einer folge die aufnahme ging gerade nicht komischerweise hier wir haben das auto hier gekauft gehabt wenn ihr die letzte haben wir ja soll ich sagen dass er gecheatet gleich jetzt mal wusste nicht wie es jetzt beschreiben sollte der automarkt ist geöffnet cool dann können wir auch gegen renn gewinnen oder so upgrades er abankt wie viel äh da stand doch was was da steht ja an was aber ich sehe es nicht ach so rechnungen ups jetzt weil wir zu viele autos haben wir fahren mit meinen rennwagen also kein rennwagen wie soll ich sagen so freunde freunde ich glaube da kann ich mich am freitag gleichgeweiß ich jetzt nicht ach lol das sehe ich jetzt was denn sorry hat genervt pech gehabt automarkt ist noch offen jetzt sind die aufnahme da kann ich doch gleich mit der alten rüsseln das war von meinem auto porsche gtx glaube ich wahrscheinlich schnäckchen 7500 okay da machen wir die wir nur hier nur 88 haben da komme ich bin noch reich weiter der gt der gt es ist aber der ist mir wichtig ab 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 einfach flausch die auto macht alles kauf jungen sie so pleite das höchste war die 400 dann oder die 320 leist auf so wenn man eine aufnahme kann karten nicht lesen sorry oh mein auto war so langsam habe gedacht hoch ich schaff das nicht der kai der kai was ist da und weiß nicht was ich will auch egal 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 Leute. Egal. Hör zu Leute. Döö Paluten hat die 5 Millionen Abonnentern. Junge. So arm. Kommt so an. Ach kommt so an. Ach wenn dran. Die F***. Lass. Lass. Na Freunde. Wenn ihr das Roblox. Wenn ihr den live gesehen habt. Da habe ich ja gecheckt. Das Töch. Das Töch. Jo. Leute. Ich bin der Motorbester. Das müsst ihr euch merken. Ich bin der Motorbester. Hunger. Oh. Der möchte nur 400. Oh. 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 kann man nicht sein. Ich verliere es doch safe. Nein. Ach. Komm. Nenni. Bitte. Leute. Nur weiter Motorzug. Nur weiter Motorzug. Ach. Jetzt habe ich gepeilt. Also verschlagen. Ach. Kommt schon. Leck mich doch. Leute. Warum. Das ist mein lahmes Auto hier gewesen glaube ich. Junge. Ich nehme was anderes zum rennen. Das wenigstens Toro hat. Hm. Hm. Ich habe Minus gemacht Leute. Warte. Schnell auf 100. Warte. Ja. Na ja. Da brauche ich langsam. Hm. Hm. Gegen einen GTA. Hm. Gegen einen GTA habe ich verloren. Jo Leute. Ich mache hier nur noch paar Follower. Also folgen. Entfolgen. Hier. Sortieren. Alles. Ich weiß nicht wo der Hauptdach los ist. Also. Also. Ähm. Machen da einfach mal eine Autosammlung. Das ist blöd. dass man eine Rechnung zahlen muss. Dann müsste. Ja. Der gibt gleich so eine Logos mit Niedrung. Ich guck mal wo der Hauptdach los ist. Oh. Ich guck mal. Ich guck mal wo der Hauptdachl. ausgegeben ja gut ich hab's nur ein bisschen reingeholt aber nicht zu doll reingeholt automarkt ist also die auto-option automat um zwei ok wo ist denn der aufdachlose den suche ich jetzt gerade ok ich bin ja okay um 220 als 20.000 ja 50.000 die frauen und so aufhören wenn das glücklich also wenn man glücklich tut wo ist denn der obdachlosen spielt den so richtig jetzt da will ich ja dabei ist für 300 sonst hat es immer zwei minuten da kann ich noch zwei platt fahren also ich würde gerne rein machen aber das kotflügel ich hätte mir fast mitgenommen ich würde gerne nach vorne waren das war risiko risiko wenn ich das beste auto jetzt gewinnt habe ich putze ruhig nach paar minuten da kann ich noch nutzen ja ich komme gleich wieder und manchmal sporte das ist meine arbeitsautos schien parker Oh 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 Was ich muss zurück noch pünktlich geschafft noch eine minute das geht ja bis um zwei und das ist jetzt mal die wollen mich doch flachsen also die wollen mich wirklich flachsen das sind felgen alle sind ja kennzeichen autohaus fiat mal los 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 bitte noch nicht anfangen auch verdammt ich habe einen unfall gewollt dafür das habe ich gewonnen das ist das ist du 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 Alter, der war teuer verkauft! Ja! Wenn wir das letzte Auto gewonnen haben, dann sage ich mal Test! Ich mache heute nur Minus, ich höre euch, ich mache heute nur Minus! Ja, 100.000 will ich kommen, safe, bitte, ich will noch einen 100.000 kommen. Ach, kommt schon, ja! Junge, ich habe extra mein Auto. Oh! 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 Vielen Dank. so freundlich wird sagen das war es jetzt mit diesem mitte mein papa kopf ich schenne einen schönen tag wie viel hat er noch ja sagt johnny danke wir bänden jetzt diese spielers gleich an ein abo da